Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich wette du denkst ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.